so und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored wir haben hier gerade Nachricht gelesen dass das Fenster noch nicht repariert sei und ich habe gerade hier 15 Frames das ist witzlos ich habe noch drei Betäubungspfeile den habe ich voll umgenietet Curtis Pendleton Headshot leider nicht oh gott da speichere ich lieber vorher ab ich habe gerade einen Plan der allerdings gefährlich ist und ich will nicht verkacken deswegen speichere ich einmal kurz ab und dann würde ich sagen teleportieren gut ja ist doch super gelaufen gut so also nicht vielleicht hier im Wasser besser oh pfuh nein ich verdrück mich hier scheiße ich wollte mich da doch nur hin teleportieren kann der nicht leiser schnarchen oh gott das wird auch nichts ach wir müssen ja eh noch nach oben da war ja was so ab geht's in den Kortisanenschlafraum muss ich hier richtig ich weiß es gerade gar nicht wer hat dich gewahr alter das geht mir gerade richtig auf den Sack Kortisanenschlafraum in die Richtung schlaf gut so mh sieht ja sehr bequem aus aber hier komme ich auch nicht dahin scheiße man da lang muss ich ach geil das war eben das Zimmer von ähm ich denke es ist ein Heino von Curtis war das Curtis jedenfalls ähm hatte der äh hatte der mich ja nicht bemerkt deswegen hat er sich aufgelöst geile Sache da hätte ich auch wahrscheinlich reingekonnt erstmal muss ich weiter nach oben ich hab vergessen hier hier war das alter was soll denn das jetzt schon wieder okay so ich mach noch ich mach doch noch mal eine ganz kurze Unterbrechung der Aufnahme bis gleich so kurze Unterbrechung vorbei und ich hab schon wieder Frame Einbrüche es ist zum Knochenkotzen ja juhu du bist es du trägst eine Maske um herumzuschleichen sie sie sagten mir du wirst geköpft im Gefängnis tot wie Mut das scheint so lange her zu sein aber du bist nicht tot wir können gehen ich bin zweimal fast entkommen es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute ich zeig sie dir und wenn uns jemand aufhalten will kämpfst du mit ihnen in die Richtung alles klar in die Richtung na ich hab die meisten ja eh schon abgemetzelt wo sind die VIP Tür noch weiter runter ach das ist der untere Eingang oder was ich glaub das ist dieser untere Eingang den ich nehmen wollte was haben wir hier Elixier Lieferschein lese ich mir einfach durch hier ist der Selexier für diese Woche möge es ihren Damen wohl bekommen doch der Boss sagt dass wir diesmal Geld als Bezahlung wollen keine Handel mehr Craxton schließ die Tür auf damit wir von hier verschwinden können dieses Haus liegt am Fluss du bist mit einem Boot gekommen ich warte beim Boot auf dich ich kenne den Weg keine Sorge okay ja Ziel gerettet juhu wir haben Emily gerettet und jetzt heißt es zurückgehen ab in den Destilleriebezirk sie tun was die Lumpengreifin befiehlt ich kann sie lachen hören aber sie werden schon sehen was passiert ja ich wusste ich wusste dass es der Eingang war ich würde mal sagen Nachtsicht und los und Teleportation da ist ein Feind Samuel und Emily boah ich hab ich hab nen Plan ich hab nen Plan ja genau Kohaios ja genau Kohaios ja und der sollte sich jetzt zur Asche auflösen hm oder auch nicht offizieller Bericht der Wache an die zum Clevering Boulevard abgestellte Wachmannschaft angesichts des erst kürzlich versuchten Attentats auf Hauptmann auf Hauptmann G.F. Körner nahe des Holger Square wurde ein neuer Wachturm bewilligt um die Gegend zu sichern die Lage bleibt nach dem Vorfall gespannt den Körner nur aufgrund seines Trainings und seiner Geistesgegenwart überlebt hat bis zur Identifizierung des Täters sind alle Wachen angehalten jede verdächtige Person zu verhören die die Gegend betritt Anmerkung das Ingenieur Corps wird ausdrücklich dafür belobigt die zusätzlichen Befestigungen so schnell angelegt zu haben neues Wahlöl wird jeden Abend geliefert werden um den neuen Wachturm mit Energie zu versorgen Major Anders Josiah Verteidigungs-Ingenieur-Einheit Uiuiui Granaten Kugeln Na Bild zu wohl Bild zu wohl Geht doch Ganz ehrlich Ich würde mal sagen Scheiße Juhu Spaß Spaß Guten Appetit Och Mann Ja Ha geil Der hatte mich nicht bemerkt Fette Sache und so Naja Bevor wir noch mehr abschnetzeln würde ich sagen Wir haben die Golden Cat abgeschlossen Zeit um zurückzukehren Wir haben Emily gerettet Wir haben Was denn jetzt noch Sind Sie bereit für die Rückfahrt Corvo Sie haben ja nicht lange gefackelt Ja Ne Das stimmt Ja bringen wir Emily nach Hause Juhu 52 Gegner Eliminiert Ach du Scheiße Oh mein Gott Ach Gemälde von Sokolov kann man auch finden Wieder fehlt mir eine Rune und ein Knochen Artefakt Ich weiß nicht warum Ist mir auch egal Das wir jetzt schon Emily haben Damit hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gerechnet Hoher Besuch Emily steht nun unter dem Schutz der Kaisertreuen Da ihr Wollergehen zumindest derzeit gesichert ist wird es Zeit die verbleibenden Verbündeten des Lord Regenten zu beseitigen Jawoll Die haben ihre Angelegenheit erledigt Corvo Es steht mir nicht zu darüber zu urteilen Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat dann waren es diese Patents Von welcher Angelegenheit sprechen Sie Okay Oh ich Angelegenheiten für Erwachsene Ich meine Angelegenheiten für Erwachsene Ja klar Kein Problem Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen Dingen gehört Oh Ich sollte mich darauf konzentrieren Okay Ach nicht dass wir gegen eine Wand fahren Kann ich sehen Wurde hier doch gerade angeboten Das geht ab Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Ja Ja Mit dem Ende der Zwillinge Ja Das stimmt Klar Wow okay Bevor ich Bevor ich mit dem Ich unterhalte Werde ich noch Ganz fix Zum Heino Hier gehen Das Bruch hatte ich ja schon Zeigen Sie mir einfach Was Sie brauchen Lassen Sie mal Waffen und Werkzeuge Sehen Die Sie anzubieten haben Ähm Ja Bolzen und so Kaufe ich gleich Betäuberkampfbolzen Springminen Ja Minen sollte ich auch mal verwenden Oder sowas Springminen Kapazität Um 4 Insgesamt habe ich dann 9 Granaten 9 Springminen Uh Um 10 Dann habe ich 30 Kampfbetäubungsbolzen Ja Will ich haben Mehr Bolzen Möchte ich tragen können Jetzt habe ich noch Ach das sind einzelne Okay Na gut Ich habe jetzt Mein Geld auf den Kopf gehauen Für Munition Und so einen Scheiß Ich würde sagen Die Zeit ist auch schon Wieder um Ich bedanke mich Fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao